Damals begann alles mit einem Ärgernis. Mein Bankberater wollte mir ein Anlageprodukt verkaufen, das in den letzten 50 Jahren nur Kosten produziert hätte. Ich habe mich dagegen entschieden. Wirklich jeder sollte sich Gedanken über seine persönliche Geldanlage machen. Die Vergangenheit hat bewiesen, dass ein breit und klug gestreutes Aktienportfolio höhere Renditen abwirft als andere Sparanlageformen. Nach meinem negativen Erlebnis in meiner Hausbank habe ich nachgedacht. Ich habe meinen Job an den Nagel gehängt, die Prüfung zum Börsehändler gemacht und Wikifolio gegründet. Als ich das erste Mal auf Wikifolio.com war, dachte ich mir, warum habe ich das nicht schon früher für mich entdeckt? Wikifolio.com ist für mich die derzeit spannendste Alternative zu herkömmlichen Anlageprodukten. Unser Ansatz ist nach mehr als einem Jahrzehnt immer noch einzigartig. Auch weil wir die größten Banken und Finanzmarktplayer zu unseren Partnern zählen. Darauf sind wir wirklich stolz. Die besten Geldanlagemöglichkeiten sind da einfach für jeden zugänglich. Und jeden Tag profitieren mehr und mehr Anleger von Wikifolio.com.